Hallo! Hallo Sie! Wollen Sie eine Peinachtswarte gewinnen? Eine 5-Kilo-Gäre-Schwanz? Und Kotrohl und knäftige Dödel? Aktionswochen bei Kentucky Schreit Ficken! Hallo und herzlich willkommen bei Kentucky Schreit Ficken, dem Restaurant, in dem man gerne mal sagt, sag mal, was machst du denn noch hier? Du solltest doch längst Säustrand holen. Draußen ist es diegesplatt. Komm aber nicht weg, der Tittenhund ist schlot. Der Tittenhund ist schlot. Das ist doch kein Problem. Dann spannt man ihm ein anderes Schlier vor den Titten. Zum Beispiel einen schrächtigen Pibbel. Jetzt aber los, sonst werde ich aber Bechtigmöse. Aber Bechtigmöse. Und setz die Boodle-Pütze auf. Kommen wir nun zu unserem rannenden Spätzl. Möchten Sie eine Peinachtswarte gewinnen? Mit Pocolan-Schlätzchen und Kanäle-Wipfein? Ja, Sie! Oder Sie! Oder vielleicht sogar Sie? Na, dürfte ich Sie mal hier an die B getitten? Aber gern! Möchten Sie vollteiern? Stecht Ruprecht an den Pack sacken? Und seine Schuhe trütteln? Aber ja, das steht schon lange auf meinem Zunschwettel. Dann müssen Sie folgende schwere Knuss nacken. Wo wurde Kresus Histus geboren? Kresus Histus? Kresus Histus? Na, na, na? Moment, ich drum noch kauf. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Es fängt mit B an. Mit B? Ich hab's! In Hedlebem! In Hedlebem ist richtig! Sie haben gewonnen! Können Sie denn so viele Gachense brauchen? Natürlich! Die kann ich dann mit meiner Frau Thudrun geilen! Die kann er mit seiner Frau Thudrun geilen? Na, das hat er ja gefickt eingeschädelt! Aktionswochen bei Kentucky Schrei ficken!